Kennst du die Aronia Beeren? Nein? Vielleicht magst du sie nicht, weil sie sauer und bitter sind. Aber ich erkläre dir, warum du sie trotzdem essen solltest. Die Aronia Beere, der wissenschaftliche Name lautet Aronia Melanocarpa. Wunderschöner Name für eine Beere. Sie sieht auch aus, sie heisst auf Deutsch schwarze Apfelbeere. Sie sieht aus wie ein kleiner Apfel. So klein sind diese Beeren. Ähnlich wie Holunder, aber eine andere Form, eben Apfel ähnlich. Es ist eine Beere, die hat am meisten Nährstoffe, Mikronährstoffe von allen Beeren. Das ist wichtig zu wissen. Sie ist nicht sehr schmackhaft, eben sauer und bitter. Aber es ist die wertvollste Beere, die wir essen können. Also der Gehalt an Mikronährstoffen ist höher als bei Himbeeren, Erdbeeren und so weiter. Nun, was ist da alles drin? Wir haben sämtliche Vitamine drin, ausser Vitamin D und B12. Diese beiden sind nicht drin, weil Vitamin D ist praktisch nirgendwo in einer Pflanze. Und B12 ist ja vor allem im Fleisch enthalten. Aber sonst alle Vitamine drin, sehr viele Mineralstoffe. Und am höchsten ist der Gehalt an Polyphenolen. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe, die gesundheitsfördernde Wirkungen haben. Die erste Wirkung von Aroniabeeren ist antioxidativ. Das heisst, sie hemmen die freien Radikale. Freie Radikale entstehen durch die Atmung. Das heisst vor allem dann, wenn wir Sport treiben, durch Rauchen, durch Alkohol, durch Medikamente, durch Strahlung und so weiter. Wir sind diesen freien Radikalen ausgesetzt. Und die haben schädliche Wirkungen, die verursachen viele Krankheiten. Und die Polyphenole im Aroniabeeren drin, die hemmen diese freien Radikale. Es ist ganz wichtig, also die Beere selbst, der gesamte Inhalt dieser Beere, hat in diesem Sinn eine breite gesundheitliche Wirkung. Dann haben wir eine entzündungshemmende Wirkung. Nehmen wir an, du hast einen Schulterschmerz. Das ist immer wieder, wenn du das bewegst, Schmerztesier, das sind entzündete Sehnenansätze oder am Fersen, ein Fersensporn, eine Achillessehnenentzündung und so weiter. Solche schmerzhaften, entzündlichen Zustände kannst du verbessern mit genügend Aroniabeeren. Und dann vielleicht die letzte Wirkung, es ist auch antiallergisch. Vielleicht leidest du an Heuschnupfen oder Asthma. Versuche mal, mit Aroniabeeren das zu behandeln. Es braucht höhere Dosen, selbstverständlich. Aber die Allergien bilden sich zurück. Sie werden schwächer, ähnlich wie durch Medikamente. Wenn du die Beere nicht magst, dann gibt es andere Produkte. Es gibt Aroniasaft. Es gibt getrocknete Aroniabeeren. Die kannst du überall in Drogerien und Reformhäusern kaufen. Es gibt Aroniadrester, der getrocknet ist. Da hast du schon sehr hohen Gehalt an den Wirkstoffen. Am meisten Wirkstoffe bekommst du durch Aronia-Extrakte, wo wirklich alle Wirkstoffe, die in der Beere drin sind, noch verbleiben. In solchen Produkten drin. Es gibt auch Shots, also Pulver, das man mit Sportgetränken mischen kann. Und sogar eine Schokolade aus Aronia, das ist sehr schmackhaft. Es gibt viele Formen, wie man zu diesen Wirkstoffen kommen kann. Vielleicht zum Schluss noch ein Wort für Menschen, die Sport treiben. Wir kennen viele Spitzensportler und Hobbysportler, die nehmen nach jedem Training, nach jedem Wettkampf etwas Aronia zu sich, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Regeneration deutlich schneller vor sich geht. Also in jeder Hinsicht eine gesunde Beere. Ich empfehle sie dir. Wenn du sie nicht kennst, versuche es einfach einmal. Hier unten im Kommentarbereich findest du einen Link zu einer speziellen Webseite. Da drin ist ein Artikel, den ich geschrieben habe, mit spezifischen Informationen über Aronia. Du kannst ein PDF herunterladen und dich so noch weiter über diese Beere informieren.